Heute ist es soweit. Los geht's mit Pint of Science! Das Ziel von Pint of Science ist Wissenschaft wieder stärker in der Gesellschaft sichtbar zu machen. Wir wollen die Wissenschaft aus ihrem Elfenbeinturm herausholen und die Bedeutung von Forschung für unsere Gesellschaft hervorheben. Dazu bringen wir drei abende lang die Forscher und Forscherinnen der Stadt in die Lokale nebenan. Dort präsentieren sie im gemütlichen Rahmen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und diskutieren den gesellschaftlichen Dimensionen. Unser Publikum braucht dafür kein Fachwissen. Die Vorträge sind an die allgemeine Öffentlichkeit gerichtet und bieten allen die Möglichkeit mit Wissenschaft in Kontakt zu kommen. So wollen wir gemeinsam die Wissenschaft feiern und wieder für alle greifbar machen. Und natürlich soll das alles auch zeigen, wie viel Spaß wir an der Wissenschaft haben. Das Festival ist 2013 in England gegründet worden und hat sich seitdem in der ganzen Welt ausgebreitet. Inzwischen sind schon 30 Länder dabei. 2019 habe ich die Idee des Festivals auch nach Wien gebracht und von hier weiter in Österreich verbreitet. Dieses Jahr findet es zum ersten Mal statt mit Freiwilligen und Vortragenden aus Wien, Graz und Linz. Und ich hoffe, nächstes Jahr werden es noch mehr Städte sein. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Festival und freue mich auf eure Teilnahme. Prost!